Was geht ab, Leute? Ich möchte euch in diesem kurzen Video die 5 goldenen Regeln für deine erfolgreiche Transformation sagen. Die erste Regel, sammelt viele Schritte jeden Tag, seid aktiv und ja, schaut, dass ihr einen großen Kalorienverbrauch hinbekommt, jeden Tag. Dann die zweite Regel, trinkt viel Wasser. Unser Körper besteht aus 70% Wasser und ja, das Wasser hat sehr, sehr viele wichtige Aufgaben in unserem Körper. Dann der dritte Tipp, esst ausreichend Eiweiß. Ich würde euch so 1,5 bis 2 Gramm pro Körpergewicht wirklich empfehlen. Eiweiß sättigt gut und ja, das unterstützt euch einfach auch beim Abnehmen. Dann die vierte goldene Regel, esst volumenhaltige Lebensmittel wie Gemüse. Die sättigen euch gut und schlagen euch den Bauch voll. Und dann die fünfte goldene Regel und die wichtigste, Kaloriendefizit. Ihr braucht ein Kaloriendefizit, ihr müsst weniger essen als euer Körper verbraucht. Wenn ihr diese 5 goldenen Regeln beachtet, dann steht eure Transformation nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch viel Erfolg, euer Simon, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.